Ja, und du hast es geschafft? Schon. Oh mein Gott. Guten Tag, Leute. Und herzlich willkommen zu einem weiteren Daily Vlog von mir. Ich bin mal wieder am Start, Leute. Aber es ist wieder so früh. Oh mein Gott, wir haben es gerade 8 Uhr. Leute, ich habe heute Nacht meinen 200. Daily Vlog bis 4 Uhr morgens geschnitten. Bis 4 Uhr morgens. Das heißt, ich hatte eigentlich nur 2 Stunden Schlaf, weil ich um 6 Uhr wieder aufgestanden bin. Aber egal, Leute. Es hat sich auf jeden Fall gelohnt und ich hoffe, euch hat mein 200. Daily Vlog gefallen. Ich finde es mega. Ja, Leute, ihr habt bestimmt schon mitbekommen. Für mich geht es gleich nach Köln. Meine Taschen sind schon gepackt, aber Leute, ich habe es nicht vergessen. Und zwar, ich habe ja letztens die schärfsten Chips der Welt bestellt. Und ja, ich würde sagen, ich nehme mal eine Pocke für Moritz mit. Soll ich mal selber probieren. Ihr werdet mich natürlich auch vermissen. Wir dafür waren mal wieder ein richtig nice Wochenende. Warte, was für Wochenende? Ich habe ja Ferien. Ich würde sagen, Leute, wir sehen uns dann gleich im Auto wieder. So, Leute, ich befinde mich jetzt gerade im Auto und warte jetzt gerade auf meine Eltern. Ich bin richtig hyped. Naja, erst mal 2 Stunden fahren ist natürlich nicht so geil. Aber ein bisschen Musik hören, dann geht das alles auch schnell rum. Okay. Ja, mir ist gerade langweilig. Ich muss auf meine Eltern warten. So, Leute, ich bin jetzt in Köln angekommen. Wir sind im Hotel angekommen. Ich würde sagen, wir gehen jetzt in unser wunderschönes Hotel. Dann geht es auch endlich los mit diesem Tag. Ich habe richtig Bock. Sieht man da rein? Ich bin eine mega müde, weil ich nur 2 Stunden gepennt habe. Okay, Leute, das ist ja unser Hotelzimmer. Ich bin ja mit meinen Eltern hier und wir sind im siebten Stock. Heißt, hoho. Oh, warte, ich kriege gerade die Gardine nicht. Äh, warte noch. Heißt, ich kann fast ganz klein... Oh, ich kann den, 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 ach, hier, Telekom-Turm sehen oder keine Ahnung, Fernseh-Turm. Nein, das ist Melli. Ich habe auf jeden Fall richtig, richtig Bock auf diesen Tag. Vielleicht treffe ich mich dann mit Moritz. Das wird auf jeden Fall wieder richtig witzig. Da würde ich auch schon direkt sagen, wir sehen uns dann gleich draußen nochmal wieder. Bis gleich. So, Leute, jetzt rieche ich die frische Köln-Loot. Ich hole mir mal kurz Corona-Arm. Nein, Spaß, Leute. Wir sehen uns auf jeden Fall vorne, Leute. Hier ist die offizielle TikTok-Kreuzung. Die kennt ihr ja schon. Da haben ich und Moritz schon sehr viele virale TikToks gemacht. Naja, bis jetzt haben wir ja nur einen TikTok gedreht. Okay, Leute, jetzt sind... Flash! Wir sitzen jetzt gerade im... Ja, wir, also ich und Flash. Ich muss hier gerade auf Flash aufpassen. Auf jeden Fall... Ja, wir warten jetzt beide zusammen auf Flash. Äh, auf Moritz. So, Leute, wir sehen uns gerade in Moritz' Wohnung. Ich und Keanu chillen hier oben und ja... Was gerade? Machen nichts und Moritz schneidet gerade sein neues Video. Ja, was wir nachher machen, Leute, wir machen so eine kleine Köln-Tour, weil Keanu wohnt hier schon seit acht Monaten und ja, war noch nie im Park. Was sagst du? Ich war nicht nur noch im Park, ich war noch nie fast irgendwo. Sogar ich war da schon mal, also... Auf jeden Fall, ja, wird's richtig cool. Ich werde euch auf jeden Fall mitnehmen. Okay, Leute, wir sind jetzt im... Auf der Wiese. Auf der Wiese, ja. Keine Ahnung, wo wir sind. Auf jeden Fall, Keanu probiert jetzt das erste Mal. Ähm... Guck mal, Junge! Unsicher, als ich dachte. Ja, ne? Als Skateboardfahrer dann... Mopped. Mopped, ja, Mann. Mach Gruß. Gruß. Hi! Wie im Liebesleben. Und dann war ich dran. Ich fährt in die Richtung, wenn du das gibst. Oh, echt? Warte mal. Ich muss echt mal testen, ne? So, pass auf. Nein, nein, das brauchst du nicht testen. Mach einfach. So, geht drauf. Nicht, dass sie nach hinten fliegt, weil sie so leicht und klein ist. Warte, ich mach einmal kurz. Nein, nein, okay, okay. Und jetzt fährst du nach vorne. Okay, bereit? Nein, nicht von hinten. Ey, da ist das! Du musst erst diesen Sicherheitsquishill drücken und dann kannst du Gas geben, okay? Okay. Herr, bitte, was denn noch? Diese, was wir gedrückt halten, dann die Gas geben. Na, was machst du? Hier musst du Gas geben, ne? Ach so, hier. Oh, Bruder, sie drückt komplett durch. Ah, okay, 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 okay. Ich hoffe, ich hoffe. Mach nicht so schnell, mach nicht so schnell. Mach langsam. Das ist eine absolute Katastrophe. Ich weck das jetzt schon. Also, noch gehen, oder? Wir gehen, hier. Wir gehen, rechts, Mann. Weiß ich nicht. Oh, mein Gott, sie ist einfach runtergefallen. Geh durch! Ja, und du hast es geschafft? Schon. Oh, mein Gott. Ich habe herausgefunden, wo die Bremse ist. Okay, Leute, wir sind jetzt gerade in einem Café. Leute, genau da war Keanu kurz weg und dann habe ich mir einfach sein Handy genommen. Ja, ich würde sagen, ich prank ihn jetzt einfach mal. Keanu hat sein Handy verloren. Mein Scheiß hält dich. Das wäre echt ganz, ganz unenergienisch gerade, Digga. Und jetzt ein riesen Applaus für diejenige, die vergessen hat, auf den Aufnehmen-Knopf zu drücken. Oh, Mann. So, Leute, ich melde mich auch mal wieder nach einer etwas längeren Zeit. Ist auch schon der nächste Tag. Ich würde sagen, Leute, jetzt geht es auch schon wieder nach Hause. Eigentlich wollten Moritz und ich heute noch ein Bier drehen, aber hat leider zeitlich doch nicht geklappt. Leute, ich werde diese Aussicht einfach vermissen. Okay. Okay, Leute, ich bin jetzt wieder zu Hause und ich bin absolut kaputt. Ich bin richtig müde, obwohl ich heute neun Stunden geschlafen habe. Ich bin irgendwie immer noch nicht ausgeschlafen. War ein mega nice das Wochenende, auch wenn ich mal wieder nicht so viel mitgefilmt habe. Aber, Leute, ich würde sagen, an dieser Stelle beende ich jetzt auch schon wieder meinen Blog, Leute. Wenn ihr noch kein Abo da gelasst habt, dann lasst jetzt gerne ein Abo da und ich werde einen Teil von der It's Me Am. Es lohnt sich wirklich. Wir sehen uns morgen wieder und peace out. Bis zum nächsten Mal.